Radio-Geschichten Präsentiert von Julia Zabach Willkommen! Wolf-Dietrich Schnurre, 1920 in Berlin geboren und Mitbegründer der legendären Gruppe 47, zählt zu den bekanntesten Schriftstellern der deutschen Nachkriegsliteratur. Wie Wolfgang Borchert und Heinrich Böll verarbeitete auch er das Trauma des Krieges in seiner Literatur. Vor allem die Kurzgeschichten des auch immer politisch aktiven, 1989 verstorbenen Büchnerpreisträgers Schnurre zählen zu den klassischen Stücken der deutschen Nachkriegsliteratur. Ihre Helden sind oft Kinder, denen seine ganze Zuneigung galt. Als Vaters Bart noch rot war, Schnurres autobiografischer Roman in Geschichten, spielt in Berlin zwischen den Jahren 1926 und 1936. Bruno lebt mit seinem alleinerziehenden, arbeitslosen Vater in einer Mietwohnung und dieser versucht, dem Sohn trotz aller Sorgen eine schöne Kindheit zu bereiten. Detlef Eckstein liest nun die Erzählung »Wovon man lebt« von Wolf-Dietrich Schnurre. Er hatte mit dem Verkehrsgewühl einen violett anlaufenden Schupo, was er für besser als Kerzenhalter geeignet hielte, Zwirnsterne oder Bieruntersätze. Mama war damit und mit noch einigem anderen nicht fertig geworden. Aber auch Frieda, die dann Mamas Nachfolge antrat, hatte es nicht immer ganz leicht. Doch es lag meistens an ihr. Denn dass Vater so oft arbeitslos war, hatte bestimmt nichts mit Faulheit zu tun. Vater hatte eben nur keine Lust, sich den ganzen Tag von mir zu trennen. »Wie soll ich den Jungen erziehen?« sagte er, »wenn ich ihn bloß zum Abendbrot sehe.« Frieda schwieg dann und nagte nur finster an ihrer Unterlippe. Dabei hatte sie gar keinen Grund, finster zu sein, denn immer, wenn von insgesamt drei Wochen, die uns noch von einem Fest trennten, so etwa zwei herum waren, trat regelmäßig das Unwahrscheinliche ein. Vaters Züge entwölkten sich. Er lud Frieda, die damals noch getrennt von uns wohnte, zu einer Tasse Malzkaffee ein und teilte ihr mit, was er sich diesmal wieder Außergewöhnliches hatte einfallen lassen. Nur als es dann mal auf Ostern zuging, wollte Vater nichts einfallen. Allerdings war es auch noch keinem seiner Freunde und Bekannten, die uns sonst manchmal geholfen hatten, so schlecht wie in jenem Frühjahr gegangen. Selbst Friedas Bruder, der Straßenfeger war, hatte seine Stelle verloren und saß nun den ganzen Tag in Friedas möbliertem Zimmer herum und wollte abwechselnd die Zentrumspartei, das Wetter und den Reichspräsidenten für seine Entlassung verantwortlich machen. Aber Vaters Sorgen waren kaum weniger drückend. Die Unterstützung reichte knapp für die Miete, und obwohl es Tausenden so schlecht ging wie uns, waren die Schaufenster verlockender mit Schokoladenhasen und Marzipaneiern gefüllt denn je. Es nützte wenig, dass sich Vater schwor, ich würde mich um all das nicht kümmern. »Ich bitte dich«, rief er, »das kann man doch wohl von einem kleinen Jungen nicht gut verlangen.« »Was heißt hier klein«, sagte ich. »Nein, nein«, sagte Vater erregt, »sieh dir nur die Schaufenster an.« »Und wenn sie mir gefallen«, fragte ich. »Ruhe«, sagte Vater und begann auf seinen Bartenden zu kauen. »Ruhe, mir fällt da, glaube ich, was ein.« »Nein«, ihm fiel nichts ein, diesmal nicht.« Frieda schüttelte den Kopf, wenn sie ihn so mit hängenden Schultern in der Küche vor dem Fenster stehen sah. »Du machst dich noch mal kaputt, Otto«, sagte sie und streifte mich dabei mit einem Blick, als hätte ich an all diesen festen Schuld. »Unsinn«, sagte Vater, »es muss doch eine Möglichkeit geben, diesem Jungen eine Osterfreude zu machen.« »Kleinigkeit«, sagte Frieda, »du nimmst zwanzig Mark und kaufst ihm was dafür.« Darauf knallte sie meistens die Tür. Es war aber nicht Wut, was sie so wegrennen ließ. Es war Ohnmacht, denn Frieda war auch arbeitslos. So etwa vierzehn Tage vor Ostern hielt ich Vaters Grübelei nicht mehr aus. Ich trat zu ihm ans Fenster, und wir schwiegen eine Weile zusammen und sahen auf den Hof und auf die abgestorbene Ulme hinaus. »Lass uns doch am Ostersonntag einfach zu Hause bleiben«, sagte ich dann. »Wir können uns ja am Vormittag noch mal die Bilder im Konversationslexikon ansehen, und am Nachmittag könnte man vielleicht mit Frieda und ihrem Bruder »Mensch, ärgere dich nicht« spielen oder sowas.« Vater seufzte. »Für jeden Durchschnittssonntag ein wundervolles Programm, für Ostern jedoch ein Skandal.« »Und wenn ich zu Frau Hirschberger ginge und uns ihre Schallplatten borgte? Es sind auch zwei Choräle dabei.« »Musik«, sagte Vater, »macht es nur schlimmer.« Mehr fiel mir nun auch nicht mehr ein, und bis zum Abend standen wir nur schweigend am Fenster und sahen raus auf den Hof. Abends brachte Frieda jetzt immer noch ihren Bruder mit. Er verstand Vater gut. »Wir müssen systematisch vorgehen, Herr Doktor«, sagte er mit der Ordnungsliebe, die ja für ihn als Straßenfeger unerlässlich war. »Fangen wir mal bei Ihren Freunden an. Kann Ihnen da einer helfen?« »Keiner«, sagte Vater gepresst. »Weg damit«, sagte der Bruder, als fegte er einen Haufen alter Blätter beiseite. »Weiter. Wie steht es mit Ihrem Bekannten?« »Auch nicht besser«, ächzte Vater. »Schön«, sagte der Bruder aufgekratzt. »Nun ist die Sache doch ganz einfach.« »Darf einmal«, sagte Vater gereizt, »fragen, wieso?« »Na doch logisch«, sagte der Bruder. »Jetzt wissen Sie, dass es auf Sie ankommt und auf niemanden sonst.« So einfach das vielleicht klang, Vater half dieser Hinweis sehr. Es waren keine zwei Tage vergangen, da sah er in der Küche nach, ob noch etwas Malzkaffee da wäre, setzte den Wasserkessel auf den Herd und sagte mir, »Ich möchte doch Frieda und ihren Bruder mal rüber bitten.« »Hat er gelächelt dabei?«, fragte Frieda, als ich es ihr mitgeteilt hatte. »Nein«, sagte ich. »Wieso denn gelächelt?«, fragte der Bruder. »Wenn er eine brauchbare Idee hat, lächelt er immer«, sagte Frieda. »Deshalb ist er doch dauernd so ernst.« »Vielleicht«, sagte der Bruder, »ist es dennoch eine brauchbare Idee?« »Na nun«, sagte Frieda, »was sollte denn das für eine Idee sein?« »Mal sehen«, sagte der Bruder, »ich hab da irgendwie Vertrauen zu ihm.« Frieda nahm einen Zigarettenstummel aus dem Aschenbecher und steckte ihn sich an. »Du Glücklicher«, sagte sie und blies den Rauch an die Decke. Trotzdem, Vater schien tatsächlich eine leidlich solide Idee gekommen zu sein. Als ich wieder von der Straße heraufkam, er hatte mich wie üblich bei sowas runtergeschickt, drückten ihm Frieda und der Bruder gerade ernst und gesammelt die Hand. »Es fällt mir schwer, Otto«, sagte Frieda, »aber ich will es tun.« »Gemacht, Herr Doktor«, sagte der Bruder, »auf mich ist Verlass.« »Bruno«, sagte Vater, und noch immer lächelte er nicht. »Komm mal her.« Ich ging mit so kleinen Schritten wie möglich zu ihnen hin. »Bruno«, sagte Vater und räusperte sich, »was würdest du sagen, wenn du zu Ostern das schönste gefüllte Schokoladenei kriegst, das man sich vorstellen kann?« »Was ist drin«, fragte ich atemlos. »Was drin ist«, sagte Vater mühsam, »sollst du selber bestimmen.« »Und auch bei der Verpackung«, war Frieda großzügig ein, »hast du ein Wort mitzureden?« »Lass es dir mit einer hübschen, bunten Schleife zusammenbinden«, sagte der Bruder. »Logisch«, erwiderte ich, »sonst klappt es doch auseinander.« »Und werdet ihr rechtzeitig darüber klar«, sagte Vater, »ob es aus gewöhnlicher Milchschokolade oder aus Krokantschokolade bestehen soll.« »Ginge auch beides?«, fragte ich. Vater sah Frieda an. Die nickte finster. Warum nicht? Ich hatte noch fast zehn Tage Zeit, um Ordnung in meine Wünsche zu bringen. Es waren somit die aufregendsten Tage, die ich bis dahin erlebt hatte. An Schlaf war kaum noch zu denken. Stundenlang lag ich nachts wach und beriet mich mit Vater, wie man das Ei sonst noch ausstatten könnte. Frieda und ihr Bruder beteiligten sich tagsüber gleichfalls an den Entwürfen, so daß unser Ei allmählich zu etwas so märchenhaft Schönem gedieh, daß ich im Stillen schon Angst bekam, es in Wirklichkeit vor mir zu sehen. Und doch kam der Tag, wo Vater vorsichtig eins von Großmutters alten, handgeschöpften Büttenblättern aus der Schreibtischschublade zog, den Federhalter eintunkte und sagte, »So, nun wäre Schluss mit den Skizzen, jetzt käme der Hauptentwurf dran.« Wir arbeiteten noch bis in den Abend hinein an diesem endgültigen Plan. Dann hatten wir endlich alles schriftlich zusammen. Und am Morgen darauf, es war der Mittwoch vor Ostern, holte Frieda das Schriftstück ab und schob es unter einer feierlichen Zeremonie in ihre gelackte Sonntagshandtasche. »So«, seufzte Vater, »jetzt heißt es Geduld haben.« Aber ich hatte keine. Schon am Nachmittag lief ich heimlich zu Frieda und fragte sie, ob sie auch wirklich ruhigen Herzens der Überzeugung wäre, es könnte an unserem Ei nichts falsch gemacht werden. Frieda zog die Brauen zusammen und sah einen Augenblick lang zu ihrem Bruder hinüber, der am Fenster saß und die Stellenangebote in der Morgenpost studierte. »Nein«, sagte sie langsam, »also, da kannst du ganz sicher sein. Max, habe ich recht?« »Hundertprozentig«, versicherte Max. Und dann war es soweit. Als ich am Sonnabend mal von der Straße raufkam, um mir ein Brot zu holen, nahm Vater mich bei der Hand. Er führte mich zum Schreibtisch und sagte gedämpft, »da ist es drin.« »Wie ist es geworden?«, fragte ich schluckend. »Unvorstellbar herrlich«, sagte Vater, »du denkst, ein Märchenei vor dir zu haben.« »So, wie wir es uns ausgedacht haben?« »Stell dir vor«, sagte Vater, »noch schöner.« Ich lag wieder fast die ganze Nacht wach und malte mir aus, wie ich es morgen in ein Nest aus grüner Papierwolle gebettet dann finden würde, silbern und mit einer blasslila Schleife umwickelt, die in Form einer fünfzehnblättrigen Blume zurechtgezupft wäre. Und dann war der Ostersonntag endgültig da. Frieda hatte ihre Bänder geschmückte Gitarre mitgebracht, die noch aus ihrer Wandervogelzeit stammte, und Max hatte seine längs gefaltete Aktentasche mit dem belegten Broten darin unter dem Arm. Das Ei war schon im Vaters Rucksack verschwunden. »Geh bloß vorsichtig«, sagte ich, »dass du nicht irgendwo anstößt.« »Unbesorgt«, sagte Vater, »dann gingen wir los. Es war ein herrlicher Tag. Noch nie hatte ich Weißensee so schön gesehen. Überall läuteten die Glocken, und der Himmel schien aus dem gleichen Stoff zu bestehen, aus dem ich mir die Schleife des Eis gewünscht hatte. Unser Ziel waren die Rieselfelder, die gleich hinterm Stadtrand begannen. Wenn man nur weit genug lief, gab es Wiesen und kleine Erlenwäldchen in ihnen, die sich wunderbar dafür eigneten, unser Ei zu verstecken. Wir waren alle sehr fröhlich. Frieda spielte Gitarre beim Gehen, Vater Pfiff, und Max sang die zweite Stimme dazu. In Malchow, das bereits außerhalb lag, huschten die kleinen, weißgekleideten Dorfmädchen schon mit ihren Eierkörbchen in den Gärten herum. Silbern gezwirbete Rauchfahnen standen senkrecht auf den moosgrünen Schilfdächern, und aus der offenen Kirchentür krachte dröhnend das Niesen des Pfarrers heraus. Eine Wegstunde weiter, und wir hatten die geeignete Stelle gefunden. Es war ein sanft abfallender Wiesenhang, den unten ein Bach und ein dichtes Holundergehölz abschlossen. Wir sahen uns erst rings an den blühenden Obstbäumen satt. Max schoss ein paar Mal Kobolds und dankte seinem Schöpfer dafür, dass er arbeitslos war und heute nicht Sonntagsdienst hatte. Und dann zog Vater seinen Reklam-Faust aus der Tasche und las uns mit schallender Stimme den Osterspaziergang vor. Es folgten, von Frieda gespielt und gesungen, drei Hermann-Löhns-Lieder, und dann kam Max mit zwei riesigen Bündeln von wildem Schnittlauch zurück, und wir frühstückten erst mal. Darauf räusperte Vater sich, nahm seinen Rucksack und sagte, »Ich hoffe, Bruno, du bist so fair und siehst mir nicht zu, wenn ich es jetzt verstecke.« Während er weg war, versuchte ich von Frieda und Max noch schnell was über die Größe des Eies zu erfahren. Über die hatten wir nämlich komischerweise noch gar nicht so richtig gesprochen. Doch die beiden waren plötzlich einsilbig geworden. Und so musste ich, als mir Vater dann pfiff, wieder die Fantasie zur Hilfe nehmen. Das hieß, ich schätzte das Ei etwa so groß ein wie meinen Kopf. Immerhin sollten ja auch noch Marzipan- und Nougat-Eier und Pralinen und Fruchtschnitten Platz in ihm haben. Ich suchte ziemlich lange. Es war wohl so annähernd die aufregendste Eiersuche, die ich je mitgemacht habe. Nach zweieinhalb Stunden fing ich allerdings an, ein bisschen ungeduldig zu werden. »Mehr links«, rief Vater mir zu. »Unsinn«, rief Frieda, »ich hab zugesehen, rechts.« »Macht keinen Quatsch«, schrie Max, »geradeaus im Holundergebüsch.« Ich ließ sie sich weiter streiten und suchte erst links und dann rechts, dann im Holundergebüsch. Ohne Erfolg. Aber nun war auch Vater ungeduldig geworden. Ob ich was dagegen hätte, wenn er mitsuchte? Nein, ich hatte nichts dagegen. Wir suchten eine Weile zusammen. Doch auch Vater fand es nicht wieder. »Wir müssen systematisch vorgehen«, sagte Max. »Das taten wir dann auch.« Wir suchten zu viert auf einem Raum von gut hundert Quadratmetern jedes Grasbüschel, jeden Klettenbusch, jeden Holunderstrauch ab, drehten rostige Eimer und alte Matratzen um, griffen in Kaninchenlöcher, tasteten barfuß den Bachgrund ab. Nichts. Gegen Mittag legten wir eine kurze Pause ein. Dann ging es weiter. Frieda war jetzt schon so reizbar geworden, dass sie anfing, Vater und Max zu beschimpfen, wenn einer von beiden ihr in den Weg lief. Um vier fing auch Max an zu schimpfen, und um sieben war dann auch Vater am Ende. Sie saßen jetzt wieder alle drei unter den Obstbäumen und sahen mir müde und abgespannt zu. Es dämmerte schon, und vom Bachgrund stieg Nebeldunst auf. »Ich glaube, Bruno«, sagte Vater dumpf, »du gibst es jetzt auf.« »Und wenn's einer findet?«, rief ich. »Wenn wir es nicht finden,« sagte Frieda, »wer dann?« Trotzdem bestand ich darauf, noch bis in die Dunkelheit rein weiterzusuchen. Dann war ich jedoch plötzlich so müde, dass Vater mich Huckepack nehmen musste, als wir den Heimweg antraten. Ich lauschte noch eine Weile schläfrig auf das rhythmisch summende Bumsen, mit dem Friedas Knie bei jedem Schritt gegen den Gitarrenbauch stieß. Dann schlief ich ein, den Kopf auf Vaters schaukelnde Schulter gelegt. Ich wachte davon auf, dass Frieda laut etwas sagte. Ich ließ den Kopf auf Vaters Schulter liegen und hörte zu. Vater antwortete gerade. Er sprach leise und war sehr erregt. »Ich habe es euch gleich gesagt,« sagte er, »ir wusstet, dass es nicht einfach sein würde.« »Aber, dass es eine solche Schinderei werden würde,« ächzte Frieda, »das habe ich nicht gewusst.« »Ich auch nicht,« flüsterte Max. »Mann, Doktor, man hätte ja heulen können, wie man den Jungen da rumkriechen sah.« »Was ist,« fragte Frieda dazwischen, »schläft er?« »Ganz fest«, sagte Vater. »Trotzdem«, sagte er, »es gab keine andere Möglichkeit.« »Frieda, sag selbst, hat er sich nicht kaputt gefreut über das Ei?« »Über das Ei«, äffte Frieda ihn nach. »Über was denn für ein Ei?« Mir fuhr es plötzlich wie ein Eiszapfen ins Herz. »Wenn es das Ei auch nicht gab,« sagte Vater, »es war wirklicher als ein wirkliches Ei. Man hat ja schon bald selbst dran geglaubt.« Einen Augenblick lang dachte ich, sofort Vaters Schulter loslassen und für immer auf- und davonrennen zu müssen, egal wohin, nur weg von diesem Mann, der so fürchterlich log und dennoch vorgab, mein Vater zu sein. Aber auch nur einen Augenblick lang. Denn dann fuhr er fort, »Ihr werdet sehen, Bruno denkt noch an dieses Ei, wenn ein sogenanntes Normales, seine Kraft zu erinnern, schon hundertfach eingebüßt hätte.« »Na, na«, sagte Max, »woher wollen Sie denn das wissen, Herr Doktor?« »Eine Erfahrung«, sagte Vater und bückte sich im Gehen, weil mir sonst ein blühender Obstzweig das Ohr gestreift hätte. Wunschbilder, die nicht in Erfüllung gehen, machen die wahre Glückseligkeit aus. »Schön wär's«, sagte Frieda und sei mit hochgezogenen Brauen von der Seite her an. Detlef Eckstein las die Erzählung »Wovon man lebt« von Wolf-Dietrich Schnurre. Nachlesen können Sie diese Geschichte in dem Band »Frohe Ostern – die schönsten Geschichten und Gedichte zum Fest«, der 2014 bei Hoffmann und Kampe erschienen ist. Gestaltung der Sendung Edith Wuckern und Stefanie Zusner »Frohe Ostern» Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.